Kasimir Karton – Mein Leben als unsichtbarer Freund von Michel Cuevas Gelesen von Ulrich Nöten Eine Produktion von der Audio Verlag Kapitel 1 – Alle hassen Kasimir Karton Ja, Welt! Ich schreibe meine Erinnerungen nieder und nenne das erste Kapitel Alle hassen Kasimir Karton Ich glaube, das umschreibt das Trauerspiel meiner ersten acht Jahre auf dieser Welt ziemlich poetisch. Gleich komme ich zum zweiten Kapitel. Darin werde ich bekennen, dass meine Aussage im ersten Kapitel ebenso kurze Beine hat wie mein Dackel François. Das Wort alle entspricht nicht ganz der Wahrheit. Es gibt nämlich drei Ausnahmen, und zwar meine Mutter, meinen Vater und meine Zwillingsschwester Fleur. Wenn du aufmerksam bist, wirst du bemerkt haben, dass ich unseren Dackel François nicht aufgezählt habe. Kapitel 2 – François, der fiese Dackel Normalerweise sind ein Junge und sein Hund unzertrennlich. Eine klassische Kombination, wie Pommes und Ketchup, wie linker und rechter Fuß, wie Salz und Pfeffer. Normalerweise. Mein Verhältnis zu François ist eher wie Pommes zu Schlammpfütze, wie Fuß zu Bärenfalle, wie Salz zu Wunde. Verstehst du, was ich meine? Um bei der Wahrheit zu bleiben, ich muss zugeben, dass es nicht allein François Schuld ist. Die Karten für sein Leben wurden echt übel gemischt. Zunächst einmal glaube ich, dass der, der für die Erschaffung der Hunde verantwortlich ist, nicht recht bei der Sache war, als er François kurze Beine an seinen presswurstartigen Körper montierte. Vielleicht wären wir ja alle mies drauf, wenn unser Bauch jedes Mal den Fußboden fegen würde, sobald wir uns bewegen. An dem Tag, an dem wir ihn als Welpen nach Hause brachten, beschnupperte François meine Schwester und grinste. Dann beschnupperte er mich und bellte. Ein Bellen, das in den ganzen acht Jahren, seit ich in Reichweite seiner niederträchtigen Nase bin, nie mehr aufgehört hat. Ein Bellen, das in Reichweite seiner niederträchtigen Nase bin, nie mehr aufgehört hat. Das in Reichweite seiner niederträchtigen Nase bin, das in Reichweite seiner niederträchtigen Nase bin, nie mehr aufgehört hat. Ein Bellen, das in Reichweite seiner niederträchtigen Nase bin, nie mehr aufgehört hat. Vielen Dank.